Hallo und herzlich willkommen zu Indie-Ansage-Labern bei Abus und Freunden und Razamoon und ist noch nicht gesehen. Kein Bock mehr, macht doch selber eine Ansage. Wir spielen Quinn, Gragas, Blizzcrank, tun wir das? Ja. Jax und Amumu gegen Rain, Zona, Sinch, Cassiopeia, Garren. Ihr dürft mal raten, wer gewinnt. Richtig, das blaue Team. Soll ich wieder sagen, wer mit dabei ist oder ihr könnt euch selber sagen, wer ihr seid? Deine Ansage echt so schön. Meine Ansage sind immer geil. Und ich hab sowas von verpeilt, irgendwie grad in der Champion-Auswahl. Warum? Na ja, guck uns mal, du bist Lora-Zauber. Wer bist du denn? Wolltest du nicht junglen? Ja, wollte ich. Gut, wir haben schon mal keinen Smite, aber das Liednerische Team hat auch keinen Smite, also haben wir es auch schon geklärt. Ja, eben. Hi. Also ihr hört schon, die Vanni ist dabei, der Yada, der Dardoka und der Erik. Und die Ashley hört uns auch noch zu. Hi. Oh, zum Glück kriege ich nicht W-Tub. Dann schreibst du dich eigentlich mit zwei Ü, ist das normal? Nein, das ist mein Schreibtisch. Ich darf das. Sie ist weiblich, sie darf alles. Achso. Genau, ich hab Bonus. Ich darf auch alles, ich bin Lper. Nein, das ist nicht. Nein, ich hab Bonus. Achso, das ist Bonus. Aber gut, ich krieg das auch ohne Smite. Ich hab auch Bonus. Wie alt willst du nochmal, Vanni? 15. Ja, okay, dann hast du Bonus. Äh, wieso? Das wieso? Habe ich was verpasst? Warum hat man einen Bonus, wenn man 15 ist? Nein, es geht jetzt nicht ins. Invade. Inwade. Inwade, Alter. Hauf schon schneller ein. Sag das früher, dann hätte ich mir mein cooles Geld. Das ist doch klar, wenn die Blitzkonke hat, dass wir invaden. Doch, das wäre nach der letzten Aufnahme, ne? Na, und bin ich kein Jungler. Ja, das klappt auch ohne, ist auch ohne, dann darf ich nicht. Vielleicht haben sie einen Jungler und der Jungler hat genauso verpeilt, Smite mitzunehmen. Oder junglet ohne. Weißt du jetzt warum, Alex? Achso. Jetzt will ich's auch nicht wissen. Sie hat Pech gehabt. Ja, so ein Jungler und Garmin. No, Blitz, no. Nein, ich bin ja nicht Blitz, ich bin Ei-Blitz-Quank, wenn ich bitten darf. Warum geh ich eigentlich vor? War das irgendwie bei der Wand niss? Warum geht ihr ohne Milch? Warum ist Kragas nicht hier? Warum geht ihr überhaupt in Wade? Jetzt komm Kragas. Kragas, Kragas. Oh ja, wir in Wade gar nichts. Hier, muss ich assisten. Mumu rennt vor. Bleib wachsam. Ja, Jax, schön, dass du dahin gehst. Also theoretisch müssten sie ja an ihrem Tower stehen, aber nein. Uff, da ist Gefahr. Wir tanzen mal. Ich renne hin. Hast du jetzt genug deinen Bierbauch geschüttelt? Hä? Wisty. Müsste mal eigentlich schon fast zensieren. Halt mir so auf. Wer will ein Stick vom Champion? Wer will ein Stick vom Champion? Wer will ein Stick vom Champion? Ja, dann lasst ihn mal den, 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 unseren Jungler. Der kann aufs... Weil der Jungler keinen Smite hat, weißt du. Oh man, entweder hat die Zona noch nicht gewordet, oder die Zona hat noch nicht gewordet. Boah, jetzt hat der die Map angesiert. Echt schon ignited? Ja. Ich hab mein Hochwerfen noch nicht, deswegen kann ich noch nicht so viel machen. Ah ja, okay. Jaja, die haben mir gewordet, ich sehe schon. Hat Low Speed gegeben, oder warum war ich grad schneller? Boah, jetzt leckt. Wieso verfehlt? Na komm mal her. Nein. Boah, die sterbt noch. Aber die Zona, zum Glück, die Zona. Okay, diesmal kann ich mich nicht ne halbe Stunde darüber freuen, dass ich nicht als erstes sterbe. Boah. Stimmt. Ach ja, genau. Ich wollte mir nicht länger holen. Mit der kann Brumbo. Boah. Boah. Oh, ich sehe es. Umso besser, wenn sie hier unten ist, dann hat sie wenigstens Zeit vergoldet. Eben, und Farmshörer, also die Hilfe, die einer hier so einen Wendel klaut. Ich geh mal weg, ne? Da kann man bloß reinzufliegen. Ja, tu das. Weil ich auch gleich endlich level 3. Weil ich mein Fliegen wieder. Fliegenpilz? Ja klar. Geil. Im Pilz. Wir packen das. Wir packen das. Ach, sie ist immer noch nötig. Dass die so pushen, weißt du? Die pushen so ohne Ende. Steppen. Gut, unsere Mitte hat jetzt auch einen Levelvorteil, das ist schon mal gut. Man könnte auch von ideal sprechen. Nein, ich bin sehr gut. Überworte jetzt mal, bevor ich wieder zu spät ist. Ich lebe wieder. Warte mal. Kannst du hier immer noch zu nehmen. Flash raus, okay. Da eben, wir haben hier auch so viel Damage gemacht. Oh, Klasio, Klasio. Aus dem Muskel ist ja, dass ich mich wieder hooke. Die riskiert auch? Oh, die wollen alle in den Tower gehookt werden. Ja, hookst du doch in den Tower. Ich hab aber nicht ready. Ich hab aber nicht ready. Das geilste ist, wenn man verliert, muss man die einfach nur in die Base hooken. Ich hab hier schon mal ein Game gewonnen noch. Ich hab hier schon mal ein Game gewonnen. Kommen gerade aus Roland's Ziel. Dann die auch hier gewordert, richtig? Wir haben so wahrscheinlich jetzt 99,1 Millionen Prozent. Hätte sonst keinen Sinn gemacht, dass die da hingegangen ist, die Sona. Ich pushen mal ein bisschen härter jetzt gerade. Ich hab gerade Lust zu. Wir machen sowieso gleich wieder gegen Push, von daher. Lust auf was Hartes oder auf das Pushen? Hmm, auf dem Push-Hart. Push-Hart. Ich pushe gern hart, was? Genau das dachte ich mir auch immer. Ist das denn geworden, cool. Hätte ich mir schon fast denken können. Oh Mann, ich bin nur so offensiv. Genau so offensiv. Ach, sehr gut, wenn man es. Ich bin nur zu fatal für die. Komm mal drauf. No. Ich hab kein Mana mehr für meinen Crew, ooooh Nur deswegen brauch ich entweder Blue oder Tricks Wie oft kommt denn Casio eigentlich noch hier runter? Vielleicht babysittet hier unten Nein Nein Oh, ich bin mir so an die Wand zurück Ach, da ist sie ja wieder Ich hab sie schon vermisst Jo, aber nur fast Nee Was macht ihr denn da oben? Ja, 27 Gut Ach, verdammt Ja Noch einen guten Hook landen, ich meine Ass, hier ist es, das ist gut Äh Haben wir ein wenig einsetzen, dann hab ich meinen Crew nämlich nicht mehr auf Sollte nicht aus dem Gewisch laufen Wir haben eh ein Wort drin wieder Warte Das war die Taste, ach da ist er Ich musste mein Training heute eh loswerden Ich musste mein Training heute eh loswerden Jetzt Jetzt Ihnen Wahrscheinlich eher weniger Batalina Mittel Tower Wo ist Warum bist du denn hier her? Das ist doch nicht so schwer Ja Ja Das ist weg Ich hab nicht mehr weg, was soll ich machen? Ich auch nicht, ich hab mein wenig Ich krieg ein Double Kill Ja, Mist Ich glaub das Game haben wir verloren Wir haben die Diven können Nein, noch nicht So ekel So oft hat das Game gut angefangen und wir haben es gewonnen So oft hat das Game aber auch schlecht angefangen und wir haben es verloren Ganz einfach So, jetzt hat es jetzt schlecht angefangen, es steht ja 2-6, also können wir jetzt gewinnen Ja, wenn die die ganze Zeit hier babysittet, was sollen wir machen? Was denn? Zurück babysitten Darf ich eigentlich dein ähm Manneken in Anführungsstrichen benutzen? Was heißt denn benutzen? Dein, dein Bild, was du zum Beispiel in Station Darf ich dein Manneken benutzen? Entschuldigung Nicht so, das ist zum Beispiel was du in YouTube drin hast Aber wofür benutzen wir die eine Frage? Ja, das ist das Wichtige Ähm, für ein Gamescom T-Shirt Wo dann wahrscheinlich drauf steht, I Heart Razzle Nein, da kommen dann mehrere Let's Playhards drauf Achso, okay Das von YouTube, das hat der Noelle gemalt, ja Kannst du benutzen Gut, perfekt Dann musst du da aber auch unterschreiben, ne? Keiner am Montag hat den Unterschrift, das hab ich ja Ja, ich hab schon auf der letzten Gamescom so viel Unterschrift gemacht, das ist kein Problem War ein letztes Jahr? Ein letztes Jahr Ja Wann warst du da, an welchem Tag? Top sind bei dir recht Als wir das Treffen gemacht haben, Samstag war ich glaub ich, ich war fast jeden Tag da, aber Habt ihr gesungen? Wieso? Ich war auch da, ich hab Kronk gesehen, ich hab Mirko gesehen, ich hab Suchimaru gesehen, ich hab Lux Like Link gesehen, nur dich nicht Oh, mit Lux Like Link hab ich auch gesehen Wahrscheinlich übersehen Übersehen Ja, ob ich's übersieht man so schnell Ja, Alex, übersehen, genau Ja, Alex, übersehen, genau Ja, egal, dieses Jahr verpasse ich niemanden, ich bin... Freitag... ne, Donnerfleisch Freitag und Bombsweckler Ich bin dank von mir Fuck ich Danke Okay. Kein Problem. Na klar, heißt denn, ich hab Casio hoch und... Ne, ich hab's runter. Boah, schade. Casio kommt. Oh, die soll mal weggehen, Alter. Aber echt, ey. Regt mich jetzt schon auf. Alex, soll ich dir einen Kaffee machen? Einen Kaffee? Ich trink keinen Kaffee. Trinkst du keinen Kaffee? Nein. Soll ich dir irgendwas anlesen und trinken machen? Ne, da muss ich wieder aufs Klo. Ja, das ist ja dann dein Problem. Achso. Könnt ihr was zu essen machen, aber dann musst du bestimmt auch aufs Klo. Nein, da muss er ausklazen. Ich wollt schon sie sagen. Also, das dauert aber dann länger, bis ich aufs Klo muss, weiter zu essen. Oh ja, wenn ich dann dein Spiel weiterspielen darf? Gerne. Ja. Habst du jetzt ihren Blue geklaut? Nein. Wollte ich, aber da waren gerade Sona und Kassa. Komm mal hierher. Pass auf, Kassa kommt. Oh nein, die ist mehr drin. Dann gewinnt ihr vielleicht auch mal. Ne, die haben nicht gesehen, wie ich von den Krips zurückgekommen bin. Ja, scheiße. Geil. Dann treffen wir unserem Verschlechter. Nein. Der ist ja eh in Mitte. Kassius miss. Jetzt krieg ich endlich nur den Blue machen. Ne. Oh, Entschuldigung. Ich hab nur angerufen. Ich hab nur angerufen. Zehn Schubert. Oh, jetzt komm her. Ich hab meinen Crew nicht ready. Kann ich Tau oder? Oh. Kann meine Richtung. Irgendwann kommt wahrscheinlich auch. Und neun Mana. Ja, scheiße. Ja, haltet ihr. Quarkas, komm. Nein, tu mir hin. Oh, mein Herz. Wahrscheinlich mit 5 HP überlebt. Ne, 30. Könntest du ihn machen, das weißt du aber schon. Du darfst nur seinem Gift nicht hinterher rein. Oh. Oh. Alter. Das war knapp. Hört ein, ich sollte doch mal was kaufen. Ja, erntet mal wieder die Lorbeeren. Zu einfach. Geh da jetzt weg, Kragas. Was macht er gern da? Belantia machte. Das hab ich grad gehört. Demantia! Hab ich zufällig bei dem Editha gehört. Alex? Ja, hier. Spielst du auch, ähm, dieses SNES-Game? Äh, Games. Was? SNES, dieses Emulatoren-Dings da, Wumster. Krass, Junge. Äh, ja, ich soll... So. Pass auf, Wara. Äh, ich glaub. Du musst sterben. Ja, hier komm ich nicht mehr weg. Aber Kasi hat schon weggekriegt, das ist schön. Was spiel ich jetzt? Ja. Ob du mit der SNES-Games spielst, mit dem Emulator? Ja. Ich hör's nicht. Fuck. Ey, die ist so am... Babysitten hier unten, ey. Das ist... Ich könnte kotzen. Ich kotze die ins Gesicht. Ja. Ja, ist doch wahr, oder? Trät die ins Gesicht dreimal. Wie kann man denn so babysitten in der Zeit, ey? Pass auf. Komm mal, alle mit ins. Ich komm geflogen. Hab ich mir deinen Farm schon geholt? Ne, ich komm nach oben geflogen, in der Mitte mein ich. Wieso spring ich denn den an? Hm, auch nicht schlecht. Wollte ich zwar gar nicht anspringen, aber... Warum springst du überhaupt, Leute, an? So. Ich mag... Ich mag es, Leute anzuspringen. Warum hast du den zu mir geschubst? Etwas traurig. Alter. Ich auch. Ich bin gestorben bei Gragas Ulti. Ich auch nicht. Naja, was soll's. 9.13. Gerade schaut's schon wieder ganz gut eigentlich. Sag ich ja. Ja, wenn die dann nicht immer Dauerbabysitten würde unten, ne? Das ist... Egal. Mein Gragas kann hinterher richtig stark werden, das passt schon. Aber letzte Runde haben die ja einfach schon gesagt, wir verlieren das dadurch, dass wir den im Welt dargestellt haben. Zumal waren sie ja nicht mal da, weil sie keinen Jungler haben. Ja. Ich glaube, die sind alle Mitte. Ich glaube auch. Ich kann da so ein paar Icons erkennen. Das sind ein paar viele. Aber auch nur vielleicht sind sie das. Wir packen das. Ich weiß auch nicht, ob wir sind. Ich kann die gar nicht erkennen. Ich weiß auch nicht, die sind so hässlich. Die sind normalerweise ganz ziemlich groß. Die sind keine Roboter, deswegen. Na, wie du mit denen klaust, weißt du? Das hat sich so angeboten. Lass mich doch mal Coup machen, bevor du guckst. Macht Sinn, ne? Ja. Weil vom Coup hätten wir mehr was gehabt. Außer das, warte, ich setze mein... Ach ne, mein Vision Board hier und ich setze mir dumm. Fokus den noch nicht. Amomo wird es nicht mehr. Ja, ich kann mal abhauen. Deine Amomo wird es nicht mehr. Ja, ja, ich will auch so. Nein, was? 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 Einfach Tötung. Wollt ihr eben nicht den Panther gönnen? Nein, nein. Kein Bock zu. Ist gemein. Genau deswegen gönnt ihr dir keinen Panther. Wer macht denn die Dice-Namage von dir? Ich hätte mit dem Kopf gehen sollen. Wäre besser gewesen. Ja. Ich hab's gesagt. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Nein! Ich hab's nicht mehr gesehen. Nein, die Ultima nicht gut spielen. Nein. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ja, viel zu spät. Er wurde getötet. Komm. Komm. Einen Turm zerstört. Ich hab's nicht mehr gesehen. 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 Boah, der ist so schnell. Ich kann alle 10 nicht leiden. Ich kann alle 10 gar nicht spielen. Ich kann alle 10 gar nicht spielen. Kannst du überhaupt was? Mit. Sorry, dass ich... Ja. Ich hab's nicht mehr gesehen. Weil ich nicht mehr gesehen habe, ich bin mit gut. Ja. Ich hab's nicht mehr gesehen. Es soll jetzt nichts heißen, aber... Tja. Ja. Die Wahrheit muss ja auch einfach mal raus. Na ja okay, du bist nicht so schlimm wie ich. Da kenn ich andere, die sind schlimmer, aber... Aua! Ähm, sind Schiss So Lass dich, lass dich, lass dich Lass dich, lass dich Kann ich einfach weg? Das Biobild hatte ich nicht mehr bekommen Nein, 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 gibt's nicht Ey, warum möchte ich die jetzt brauchen? Fahr ich nicht Bam, dead Gift, ey Boah, hier müsste ich noch Porten bringen Ist doch keiner mehr Ich will nur locken, was passt denn mit Wette? Natürlich will ich nur locken, was soll ich sonst machen? Okay, ich bin nicht tot Ich brauche jetzt zwei große Schwerter Und ich hab kein Geld Zwei? Zwei Garen oben Ja Habt ihr's auch, wenn ihr hier so rumlauft Dass immer irgendwie hier Schwarze Fragezeichen Aua, es ist Fragezeichen Hier ist ja Kästchen auftauchen, wenn ihr hier so langläuft auf dem E-Map Ja So, dann ist das nicht nur mal ein Bug Dann hab ich das weit im Patch da Jaja Lass niemals jemanden an euren LOL ran, wenn er nicht weiß, was er macht Ich hatte irgendwann mal nur Striche in LOL Wo es eigentlich Text sein sollte, weil er mein Text Dokument gelöscht hat Ach, meiner Jaja, deine passen Ui Oh, wie der Tyeharde Und der macht Damage Nein 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 Ja, da lag ich Lass dich Danke, die sind Amumu ulti Die beiden Tanks machen euch schon fertig, wirst du? Schon geil Die alle sind gar nicht da Ja, mu-mumu Ulti muss mal kommen Sonst wirst du nicht E-mumu Ulti Es gibt's immer Bereits dir im Auge Ich kann mir einen Riesen-Shat leisten. Aber nur eins. Ja, deswegen gehe ich auch noch nicht. Ich gehe mir schnell eins kaufen. Der ultimative Hook ins Nichts. Er hat nicht gepf***t. Ich flieg und stehe. Wir haben keine Vision, wir sehen gar nichts. Geht schon. Momo zurück, heilen gehen. Momo, geh dich heilen. Ja, na gut, dann mach das auch so. Einfach zurückzulaufen. Warte, stell mich hier noch eine halbe Schmühle und poip mich weg, während ich in drei Sekunden zahlt könnte. So, ich bin nochmal weg. Gerem ist gerade nicht da, ne? Sagst du mir mal so. Cool. Nicht auf den, Frank. Ja, aber wenn nur er durchfällt, dann geht es nicht so. Ja, die anderen sind da in den Gebüsch. Und dann sollen sie sich nochmal reinstellen, bis ich meinen Hook wieder bei dir habe. Ich werde mich jetzt eine halbe Stunde hier hin und hofft, dass jemand in meiner Range läuft. Oh, schön, unsere Creeps mal pushen schon. Alles ist gut. Das ist doch ein Wort. Ja, aber ich konnte nicht in den Busch reingucken, wo ich da herrenne. Mach ich jetzt extra für dich da noch ein Wort rein. Ich hab doch lieber gehabt, die Support zu gehen. Ey, das ist mein Job. Und wenn du mal Support hast, dann hab ich nicht mehr Support gespielt. Sag mal, was ich früher war. Was ich immer noch gern seitdem mache. Wolltest du denn supporten? Ja. Ich hasse Support. Ich liebe es mittlerweile. Ich hasse ADC. Ich liebe ADC, aber ich spiel lieber Support. Weil wenn man, okay, klar, wenn du da was falsch machst. Nein, du kommst her. Nein, du kommst her. Los, los. Ich muss nicht sagen, aber diese Ultis. Na. Ich bin so. Ja. Ich bin so gut, ey. Ey. Nein, da reich jetzt nicht rein. Äh, Suicide. Ulti, hast du nicht Ulti für den? Ja, bringt nichts. Wieso, ich wäre da hingegangen. Vielleicht bringst du ja an, nämlich. Los, Casio. So, ich stelle mir jetzt wieder eine halbe Stunde hier und warte bis hier mal... Kein Wort. Das kann ich nicht ab. Ich hole mal ein zweites Riesenschwert im Moment. Ich lebe. Anstatt ich die Items fertig kaufe. Ne, jetzt kaufe ich noch ein Riesenschwert. Ne, ich kaufe mir das Item, glaube ich, fertig. So, jetzt stelle ich mich eine halbe Stunde hier hin und hoffe, dass jemand in meine Range läuft. Hast du ein Wort aufgestellt? Ja. Gut. Wir spielen im Moment sehr defensiv, kann das sein? So, wir machen uns locker fertig. Machen uns am Tower fertig. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Und dann... Und dann... Du bist heute halt wieder mit... Da war einer. Ach, ne, doch nicht. Ach, das ist doch ein Wort, du. Da war einer. Jetzt habe ich auch wirklich einen gesehen. War die Zona, da vorne. Nein, wieder. Was ist da? Ja. So. Gefahr. Gefahr. Oh Mann, wollen wir da echt jetzt rein? Ich glaube, das wollen wir nicht. Hat einen Turm zerstört. Das haben wir verloren. Hab ich doch gesagt. Aber auf mich hört wieder keiner. Ich versuch mal die Zona. Kein Bock. Okay. War keiner, tut mir leid. Geh Richtung nicht. Braucht er erstmal ein Wort. Wo ist der Zinscht eigentlich? Wo ist der Zinscht? Deine Ahnung. Brauche ich hier noch ein Wort. Guck mal noch mein Vision Board, den ich seit einer halben Stunde in der Tasche trat. Ich glaube, wir würden gewinnen, wenn ich mitmachen würde. Ich habe gleich wieder Grape bei dir. Ich mache es einfach nur auf, wenn sie da nicht im Grunde sind. Hätte ja gar nicht können. Geflogen wie ein Blitz. Haben sie den Drachen, oder was? Ja. Ja. Und wir haben einen Kill. Du bist doch fast gleichgestellt. Ja, Mann. Ja, ja. Das ist nur ein Garen. Was ist los? Der macht uns alle drei versus eins. Ich gehe mir einen Riesenschat kaufen. Und wieder? Ich brauche noch ein paar. Wieder denn, bis dein Inventar damit voll ist, oder was? Nein, ich brauche noch zwei Stück. Jetzt war mal zweites. Gerade habe ich ja keins gekauft. Da habe ich lieber Blutduster voll gemacht. Report. Wat? Dafür, dass du dein Blutduster voll machst. Report. Ah, alles klar. Ja, kannst du mal sehen. Oh. Als Supporter ist das Inventar mal so unsortiert. Das kann ich irgendwie nicht ab. Oh, Bot, 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 alle Bot, alle Bot, alle Bot, alle Bot, alle Bot. Bot Party. Yay. Hatten wir auf dem Planen der Partykasten. Den Arzianer. Ja, klar. Okay. Planen wir einen Partykasten. Witzig wenigstens einen schönen Partykasten. Mit der Krossen-Karte-Fixer. Ja. Schüßelig. Oh, Scheiße. Das war schön. Das war schön, war das. Schön zwei Kills, du nix geholt. Das war gut. Jetzt müsste mehr ein bisschen weiter pushen. Hast du nicht gesehen. Push mal Mitte, oder was? Wir nehmen wir das noch. Ja. Wir nehmen wir nicht. Halt. Es wird aber schwer, ja. Deswegen haben wir die auch umgekriegt, weil die Blutduster gemacht haben, ja. Aber zumindest haben nur drei von den Barronen, das ist schon mal, äh, äh, ist schon mal ganz gut. Und die wichtigsten haben eigentlich Barronen. Ja, okay. Ich bin hier mit Blitz jetzt. Oh, es dauert so lange, bis die Creeps hier sind, mein Gott. Die lassen sich aber nicht hooken, ne? Oh, wo kommt der Cinch denn her? Hier, huu. Nicht auf Cinch gehen. Ich hab ihn nur hochgehoben. Alter nein, 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 nein. Zu spät, Tion, 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 nur zu spät. Viel zu spät. Komm, dreifach töten. Gebt ihm diesmal den Pencer, bitte. Ne, auch beide ab. Du kriegst ihn nicht kaputt Aber doch, du kriegst ihn kaputt Wenn du dich nicht ins Gift reinstellst, kriegst du ihn nicht kaputt Was auch Ulti doch, Ulti zerschmelz Ja, geht doch Aber es war zu spät Schön, 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 schön Rauf, du bist tot, du bist tot, du bist tot Ich lach dich Ja, bis dann Ja, bis dann, ne Was auf immer, ey, scheiße Scheiße, sag mal die Scheiße, mach ich ihn Ach Ich lese gerade Ich habe gerade gelesen, was geschrieben ist Unbedingt ein großes Schwert, bis ich mein Inventar voll habe Ganz ganz viele große Schwerter Oh ja Oh ja Das ist ein, ich habe ein Riesenschwert gekauft Echt? Ja Was sollst du dir so weit kaufen? Ich habe zwei gekauft, jetzt habe ich drei Riesenschwerte Doch, und zwei sogar Ja, zwei gekauft, drei habe ich Okay Okay, jetzt hat es glaube ich jeder verstanden Ja, hat ein bisschen gedauert, ne Aber Ihr redet aber schon die ganze Zeit so klompliziert Genau, kompliziert Also er weiß immer, was ich meine Ich weiß alles Alles ist gut Ich bin hier gerade so am feiern, ey Wieso? Wieso? Weil ich gottelang Kuschel Talk an hab, sonst würdest du Anna und Mitte und ich am Lachen bin, sobald du das Wort Schwert in den Mund nimmst Ich nehme das Wort Schwert nie nehmen, und du vielleicht, aber ich nicht Hahaha Das war eben Minecraft so schlimm We are dead Es war klar, dass das die Falle ist Jetzt am Obol Ich Alter Oh, oh, okay Läuft Läuft Ich zahle noch um Das ist auf K Woah Ein Gegner wurde getötet Dürft mal lieber unsere Base Ja, oh Guck mal so nebenbei noch Wenn ihr Zeit habt Alle Kraft zufällig einen schönen Minecraft sieht Oder irgendjemand hier von euch Nein Ich merke noch mal die Feest, die ich so weißt du Also den schönsten, den ich kenne, das ist Hawaii, der ist richtig schön Ich merke meine Feest halt Ne, ich hab grad gelesen was du geschrieben hast Nein, er lacht sich über Und dann mach ich mich daran erinnern was ich gesagt habe Und dann Oh Gott, hast du ne Leitung Hebe mal bitte deine Füße hoch Ne, die sind eingefroren Nein, du schlägst aber auf der Leitung Hebe mal deine Füße, du schlägst auf der Leitung Hebe mal deine Füße, du schlägst auf der Leitung Wer ist so? Ich bin mal wieder 30 Jahre hier vorne und hoffe, dass jemand in meine Weinen schläuft Da ist einer, ach ne, doch Ich pushe jetzt einfach gerade hier durch Ich begleite dich, denk ich mal Ich begleite dich nicht und dann musst du ja noch in der Base kämen Wir brauchen mehr Vision Zumindest in unserem eigenen Dschungel wären so 2-3 Worts nicht schlecht Wir haben wahrscheinlich kein Dragon gemacht oder so Ne, Mario LP, weiß ich nicht Wieso? Mario ist schön Mario ist schön, aber Nintendo macht gerade ein bisschen Naja Ich meine jetzt nicht die ganz neuen, dieses Wo du in jedem zweiten Block so ein Power-Up hast Mario Lancer Mario Lancer Kaiser Mario, genau Bekloppt Kaiser Mario, hallo? Ich hab das erste Kannst du noch einen härteren Hack, kannst du dir wohl nicht aussuchen, ne? Och ey, es gibt jetzt mittlerweile Mario Es geben alle zurück Kaiser Mario 3 Wir sind viel zu viel Ja, da seid ihr tot Irgendeine musstest ihr erwischen Also ich bin's nicht, obwohl ich der bin Blitzen nicht da herrennen Jaja, ich bin schon Ach, die sind hier unten, okay Von mich wieder an Lauf Mumu, lauf Schön nach unten, immer nach unten laufen Ich weißt du noch meine Ulti Ich lebe in der Gefahrenzone Ich lebe in der Gefahrenzone Lebst du? Haben wir Spaß da Ich lebe in der Gefahrenzone Well, ernst mal wieder die Dorbären Well, ernst mal wieder die Dorbären 動画 Geben wir zwang ich mal richtig Hey, dass es ja schon mal anfängt um noch mehr zu verlieren Wend Was denn, wenn der Indie wieder da ist? Ja Bleib hier, nein! nein! Was macht ihr? Was ist denn? Die kommen jetzt alle in die Mitte, die pushen jetzt in die Mitte. Ich will schon mal, wenn mal ein Champion da ist, den ich hucken kann. Mach den Barrel. Mach nochmal den Barrel. Ha, jetzt haben wir sich so ein richtiges Wort hingestellt. Du hast nicht deine Ulti echt eingesetzt und weißt ja auch nicht noch eins. Schlafen wir ja trotzdem nicht. Ulti! Zu spät! Ah boah. Statt oder Frank? Ne, ich hab nur die. Am Umruhlen. Ja. Ich hab ja noch in Afghanistan ohne Grenzen. Nein, mein Fenster ist aufgegangen, ich hab nichts mehr gesehen hier. Ah, verdammt. Boah, verdammt. Nicht meine Schuld, oder? Nein, nein. Ist eh verloren. Ja, ist verloren. Hab ich's doch gesagt. Ne, die sind zusammengespielt. Wir nicht. Also nicht so richtig. Das kann wohl hier immer so negativ denken. Ihr sagt direkt am Anfang. Oh, wir verlieren. Ne, das sag ich hier im Anfang. Ja, war nicht eh so negativ. Ja, war nicht eh so negativ. Negativ ist wieder positiv. Wo ist die Logik bei diesem Sand geschieden? Logik gab's nicht. Komm mal her. Boah. Wie der Scheiß Versall. Das Einversall, weißt du. Vor 15 Champions. Und du triffst diesen Einversall. Tschüss. Sag tschüss. Hallo.